Ich glaub, dass die 3 wieder groß am Hetzwert. Ich geh kurz meinem Vater ne Spritze, klatschen gegen Kurtzweide um, um zwei Fälle aufmassen lassen. Spritze? Ja, so ne... ins Ostenhoch an diesem. Der nehmt ja sonst um sich was zu spritzen, also Drogen und so, ne? Ja, wo soll ich dir was hol, warte? Das ist der Dank, dass ich dir Freunde gebe. Junge, das ist doch nur Spaß, man. Kämpfe ich in meinem Leben, Alter. Ja, ich hab ja noch Vater und so, Vater und so, ein und so... Schau mal, du weißt gar nicht, wo du das zu mir gesagt hast. Ich hab die Schreie oder so. Ja, das ist nicht okay, also... Was denn? Ja, mich so hart zur Hunde zu machen. Ich hab nix getan, noch weil ich mir auch immer von dieser Beleidigung selbst nicht zur Hunde zu machen kann. Das hab ich aufgenommen. Ja! Ja, ich hab auch. Ja, ich hab auch keine... Ja, ich hab auch kein... Untertitelung des ZDF, 2020